Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportblog, heute mit meinem Sandsack und ich. Eigentlich ist es gar kein richtiger Sandsack, weil da ist ja Stoff drin. Ja, war wohl früher so, dass man da Sand reingemacht hat. Ja, und ich werde ein bisschen bearbeiten hier und ein bisschen Workout machen und dann geht es erst so richtig los nach dem Intro. Pow, pow, pow! Ja, und ich werde ein bisschen Workout machen. Ja, und ich werde ein bisschen Workout machen. Ja, und ich werde ein bisschen Workout machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.